Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen in Führung. Heute zu Gast, Kamala Holt-Grewe. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Frau Holt-Grewe, Sie leiten ja einen noch relativ neuen Zentralbereich bei der Bundesbank, nämlich Strategie und Innovation. Was verbirgt sich da konkret dahinter? Der Zentralbereich Strategie und Innovation hat verschiedene Hüter auf. Zum einen kümmern wir uns darum zu schauen, welche Innovationen passieren am Markt, welche Entwicklungen sehen wir, die für uns als Zentralbank relevant werden können. Entweder als Aufsicht oder in unseren anderen Funktionen. Wir kümmern uns aber auch darum zu schauen, welche Innovationen können wir für unsere eigenen Arten zu arbeiten, für unsere eigenen Prozesse bestmöglichst nutzen. Wie können wir neue Datenquellen verwenden, neue Technologien, aber auch neue Methoden der Zusammenarbeit. Und im Kontext der Strategie schauen wir stark darauf, welche Schwerpunkte müssen wir als Bundesbank inhaltlich setzen. Und wenn wir wissen, welche wir setzen, wie operationalisieren wir die dann über die gesamte Bank hinweg. Frau Holt-Grewe, Sie haben ja in der Bundesbank in der Kommunikation gestartet und inzwischen leiten Sie einen ganzen Zentralbereich. Gab es gewisse Erfahrungen, vielleicht auch Fähigkeiten, die Sie auf Ihrem persönlichen Karriereweg begleitet haben? Es gibt zwei Aspekte, glaube ich, von Entwicklung und Karriere. Das eine ist, man muss gefordert und gefördert werden. Man braucht Mentoren und Vorgesetzte auf dem Weg, die einem was zutrauen und die einem auch Raum geben, sich zu entwickeln. Und dann muss man aber auch dieses Zutrauen und diesen Raum nutzen und gestalten. Also ich glaube, es braucht eine Menge Mut, es braucht auch ein hohes Maß an, sagen wir mal, Bereitschaft, sich auf unbekanntes Terrain einzulassen, sich in kaltes Wasser zu springen, flexibel und adaptiv zu sein. Und das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die ich gut mitbringen kann, aber die auch in unterschiedlichem Maße immer gefordert waren. Ja, interessante Tipps. Vielleicht auch nochmal zurück zu Ihrem Fachbereich, der ja die Besonderheit aufweist, dass Sie schon einen sehr hohen Anteil auch an weiblichen Führungskräften haben. Das ist ja oft noch eine Herausforderung. Wie ist es denn bei Ihnen gelungen, diese Gender Balance zu erreichen? Jetzt habe ich den großen Vorteil im Vergleich zu vielen historisch gewachsenen Bereichen, dass es ein Bereich im Aufbau ist. Ja, dass wir die Posten ausgeschrieben haben und neu besetzt haben. Das heißt, wir konnten viel bewusster darauf schauen, auch die Führungsmannschaft divers aufzustellen. Und trotzdem braucht es eine sehr bewusste Auseinandersetzung damit. Wir haben darauf geachtet, dass wir die Texte, die wir veröffentlicht haben, so geschrieben haben, dass sie ein diverses Bewerberspektrum ansprechen, dass sie weibliche wie männliche Bewerberinnen und Bewerber ansprechen, dass das Verfahren so ausgestaltet und ausgestaltet ist, dass wir nicht nur punktuell sichten auf Fähigkeiten und Profile haben, sondern potenzielle Kolleginnen und Kollegen möglichst lange begleiten konnten. Also so eine Art Führungsassessment-Center entwickelt haben und eine Kommission zusammengestellt haben, die auch einen sehr diversen und heterogenen Background mitgebracht hat. Und all diese Faktoren tragen am Ende dazu bei, dass es einem gelingen kann, eine diverse Mannschaft zusammenzustellen. Sehr, sehr spannend. Abschließend, Frau Holtgriffe, noch die Frage, was ist denn besonders wichtig, um noch mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? Es braucht ein klares Commitment von ganz oben. Es braucht ein hohes Bewusstsein dafür, dass man das will und dass das nicht von alleine passiert. Und weil das so ist, dass das nicht von alleine passiert, weil sonst wären wir wahrscheinlich historisch schon woanders, als wir sind, bin ich eine starke Verfechterin von der festen Quote. Aber auf dem Weg dahin hilft es auch zu sagen, wir als Institution wollen das. Die Bundesbank hat das in den letzten Jahren sehr ernsthaft betrieben und hat enorm viel erreicht. Und das braucht aber Anstrengung und das braucht Formate wie diese und andere, um das zu erreichen. Und dann kann das auch über einen relativ langen Zeitraum gelingen. Also Fazit, wir sind noch nicht ganz da, aber auf einem sehr guten Weg. Dann bedanke ich mich für das spannende und auch sehr ehrliche Gespräch, Frau Holtgriffe. Vielen Dank. Vielen Dank.